Willkommen zurück zu Let's Play Happy Wheels Wieder mit mir Dem allseits bekannten Steve Ich hab grad irgendwie Bock auf das Game Stell mich auch Superbehindert an Sollte ich mal hier Ach waiting, ich will mal was geiles spielen hier Glassbreak, fängt super an Nice Hey Happy Wheels Players This will be the best glassbreak level Glass level ever I hope you like it Raid fair please Level info, read please Lose Slide, go slowly Okay Ah, ich hab vergessen die Blutanschleung Wie hat's Ende Ah, fu Machen wir gleich nach dem Level Classic glassbreak Spinning glassbreak Also Levels Glassrider Have you more ideas for part 2 Say it and save Replay YouTube Hey guys I have a YouTube channel called Random Crashing Please subscribe For funny videos Ne, nächste Arschier Werbung Machen wir noch Buhl 2 Weiß Normal Normal Plus Heiz Hart Was ist denn jetzt hart? Okay Speed glassbreak Was, 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 was Nice If you're still alive Okay So schwer war das jetzt auch nicht Easy Normal Hard Erhört So hart war es jetzt gar nicht Epic If you're still alive Glassrider Go slow Arsch Arsch Junge Uff 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 Nein Uff 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 Ja, seht ihr mal So nudig bin ich gar nicht Bro Safe replays Und so weiter Ja, gut Nice Also so schwer fand ich das jetzt nicht Hätte aber echt ein bisschen schwieriger sein können Ansonsten war es ganz nett Was jetzt nur wirklich Fünf Sterne wäre Ich würde dem Weiß, was sehr schön ist vom Design Ich würde dem vier Sterne geben So, Exit Sehe ich aber nochmal zurück Ich würde das Blutspritzen sehen Ja, sind wir dann hier So, Bros Smash Glass Warum ist denn hier noch Glass Ding Egal Smash Glass Boots Hammer Alter Bäm Maus gemeinnert Sack Wahrscheinlich Am Anfang Jetzt immer die Maus im Bild Habe Das fällt mir immer gar nicht so Oh Erst wenn es nervt Big Daddy Okay Ich zeig dir gar nicht mehr Wer ein Big Daddy ist hier Los Go Go Bäm Ich mach mal jetzt hier Ich mach mal jetzt hier Wegen Big Daddy Oder es Big Daddy Nichts kannst du So Ach hier Warte, was Schleif So Scheißkind Ich hasse keine Schade War nur eine Sprechblase Kleiner Motherfucker Blut aus dem kleinen Schädel Mehr Lack als Verstand Okay Exit menu Ja Drei Sterne Daraufregend war es jetzt nicht War nicht schwer War nix Buskus Pogel Lade Please Lord Okay Okay Gut Pogo fix Den euch J.B. Noob Na Ja Mann Nein 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 Du Ficker Boah Genau Scheiß Die Mann Ja Gott Ich schaff das Biber nicht Scheiß Die Also Skogger Muss auch noch reichen Was mache ich denn hier Für Scheiße Mit dem Vieh Hier Los Ja Ja Nein 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 Nicht zurück Scheiße Okay Boah Hammeröde ey Ich laff nicht mal den Anfang hier Ich hasse Pogomänner Was ich jetzt schon Mach doch mal was ich will jetzt Ah Wo ist das Schlechchen Baby Buskus Ich geb dich nicht Baby Buskus Ich spring da jetzt hoch So jetzt sind wir schon mal weiter Momabuskus Was 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 Space Comment Das war nicht comment Das Das war jetzt alle noch als comment Nein 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 Moment Das hab ich noch nicht geschafft Ja Also Äh Äh Kleiner Motherfucker ey Mach das doch mal jetzt Äh Alter Kleine Drecks Muschi ey Boah Äh Ja 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 Boah Nice Ja 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 Nice Nice Fuck you Ganz ehrlich Dreckige Mist Okay Go go Puh Nein Nicht zurück Opferkind ey Boah Spasti ey Ich roll da jetzt nicht weiter Boah Alter Was war denn das jetzt So springen und nicht Muschi Mampfen da machen ey Oh nee Oh Gott Okay Äh Ah ja Ah ja Ah Äh 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 Puh 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 Oh Los du Motherfucker Geht doch Was ist das jetzt Oh ja genau Ja 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 Scheiße Du Wichser Ganz ehrlich Ja Ja Der Ultimativ Bus Buskus Ich weiß zwar nicht was Oder wer Buskus ist Aber Boah ne Ach komm ey Am Arsch Ja hier Vier Sterne Jetzt von mir bekommen Weil ich jetzt Weil ich gestorben bin Dann Was Don't move Pogo Have fun Okay Okay Oh ja ja Oh ja Bitsch mich hart, baby. Don't move, boah. Nice. So don't move in, finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Finde ich mal schade bei anderen als Player. Die haben immer so wenig davon gezeigt. Die finde ich eigentlich gar nicht mal so uninteressant. Nice. Ich habe halt ungefähr dieselbe Bewertung von mir bekommen. Was? Naked Girl Glitch? Nice. Was? Wer will das sehen? Raid 5 in Schill wiebel. Ach komm, ey, dein Mutter will nackt sein. Hungry long more while. I will make the path too soon. Please write and don't forget to save your replay. Thanks for playing. Evil Glitch. Ja, no problem, dafür bin ich ja da. Oh, nie, nur ganz schlechte gibt es. Oh, God. Ja, es ist Blutregnen. Jawoll. Da, ich will deine Muschie rasieren. Nein, fuck you. Da ist er weg hier. Help us. Das war's schon. Oh, komm, ey. Oh, ein bisschen low. Drei Sterbe. 99,999% possible. Epic Level. Oh, God, ey. Nice, ich bin so pro, ey. Ich lande zwischen. Krieg ich meinen Poker gar nicht nochmal in die Eier, ey. Scheiß die Wand an. Okay. War, glaube ich... Nicht so gut. Oh, Alter. Okay. Okay. Oh, Mann. Was kriegen wir hin? Oh, hier ist ein eckiger roter Hintergrund. Flieg da vor und Stanley sei frei. Okay. Komm, komm, komm. Ja, schade. Oh, wie will ich... Och, wirklich Gott und die Welt abbekommen, ey. Puh. Alter, scheiß jemand an. Okay. 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 Komm, ey, ist das... Aber an sich. Okay, okay, jetzt hab ich mal in Ernst hier. Boah, mit dem Gesicht von die Mine. Oh, ich stelle euch mal so müde vor, ey. Boah, ich muss mein Gesicht jetzt in die Mine legen. Boah, ey, ganz ehrlich, so manche... Ach, komm, ey, fick dich. Manche Weiber, die sich so hardcore schminken, die sehen auch aus, als hätten sie sich erstmal mit dem Gesicht voll in eine Mine gelegt, ey. So wie jetzt gerade. Geiß, ey. Okay. Alter, ey. Mit diesem Pogo-Wichser. Ich kann mit dem nicht... Umgehen, ey. Okay. Ähm. Ja, 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 ja. Alter, ist das hardcore. Ist irgendwie die Mine da, wo das stubsen. Ja, ja, ja. Scheiße. Okay. Ja, ja. Ja, ja. Ach, komm. Boah. Ist ja super gewesen. Da wären die Mine schon mal weg gewesen. Nein. Ja. Oh, wenn... Was denn? Nachricht. Hm. Na, ganz kurz hier antworten. Oh, ja. Oh, ja, mit den Eiern ist man voll reinhalten, ne? Hm. Hm, hm, hm. Nein. Oh, man. Das ist doch... Für eine fanze Kacke, Muschi. Ah. Wir leben noch. Wir... Leben noch. Nichts gesehen. Oh, wie pro ich bin. Ja. Okay, nice. Oh, man. Da war die ganze Mühe umsonst. Oh. Oh, wählt dem aber noch. Wählt dem noch. Ja, genau. Wo ist das noch denn? Ach, komm, ey. Wenn wir da drum gelandet, ja. Das ist locker. Ich schaffte, ey. Ich will das jetzt... So, auf jeden Fall nicht. Das kann doch nicht sein, ey. Ich bin sicher. Ja. Hui. Hier, aber irgendwie, glaube ich... Ach, komm, ey. Immer da, ey. Nach Magi. Ich schaff das auch. Halt deinen Arsch doch noch rein da in die Mine, ey. Alter, verzeih. Ach, ich... Ich bin sehr aggressiv. Ich bin sehr aggressiv. Das will ich aber nicht auf mir sitzen. Das nicht will ich nicht schaffen. Okay, ein Versuch noch. Dann gebe ich auf. Okay, das war der Versuch. Da ist drauf. Alter, ey. Oh, ey. Das ist ein Family Fight. Wait for screen. Your family is trying to kill you. Somehow they are being cloned and... Sentenced to kill you. Haha. There was Baby... Okay, alter Vatter. Ja, genau. Wer will fern? Ich bin tot. Okay. Oh, Mann. Damn it. Deine Mutter ist auch dran. Alter. Okay. Das war ich jetzt aber ein bisschen schwach. Ich dachte, da kommt jetzt voll noch das geile Zeug auf mich zu. Naja, gut. The test of doom. Three tests, one player. Slow. Test of doom, break it if you can. Assassins. Alter, ich... Ich war gerade auf das Bein in meinem Ei fixiert, sodass ich jetzt nicht auf den anderen Typen geachtet habe. Ja, ja, komm. Lass mich jetzt durch. Ach, Assassin hier. Mutter ist ein Assassin. Ach, komm, dein Mutter. Ich muss da jetzt runterfallen. Jetzt weiß ich wie... Ja, ich hab ne... Ich hab ne Machete am Arsch. Bam, ne, wir wollen wir ordentlich weg, Arrage. Nein! Mann, das war doch so gut. Hammer. unfähig dafür einfach so scheiße und warten muss er ja bei musikrocke und ich weiß wir haben wir auch direkt hier rüber wechselsebel das machen wir jetzt noch einmal last try was das heute okay einmal noch von dem ersten lasse ich mich nicht kennen das sehe ich nicht ein aber ja ja wenn du bist und leute dann bedanke ich mich an dieser stelle fürs gucken aber ja relativ viel geschafft keine ahnung weiß ich nicht können jetzt noch nicht einschätzen ja wie soll es das nächste mal wieder mit dabei und sie heißt let's play happy with mit mir im stee und eventuell der dieser das überraschen vielleicht macht sie auch den nächsten paar oder rein oder stehe live loink Vielen Dank.